Herzlich Willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 30. Mai 2021. Weiß gewinnt hier nicht mit dem naheliegenden Dame G8 Schach, weil dann läuft der König weg über F6. Sondern wir müssen das Fluchtfeld erstmal decken. Wenn jetzt die schwarze Dame den Springer nimmt, dann ist sofort Matt auf A8. Nach Springer E4 gibt es keine Möglichkeit, das Matt zu verhindern. Dann G5 ist noch ein Versuch, dann folgt Dame G8 Schach, König H6. Hier kann man die Dame gewinnen mit Dame H8 Schach oder mit Dame schlicht F7, gefolgt von Turm H8, auch Matt setzen. Ab nächster Woche erscheinen meine Matt-Rätsel auf dem neuen Kanal TheBigRigShorts. Ich trenne das inhaltlich. Ich hoffe, das findet eure Zustimmung. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.